Ja, hallo ihr Freunde, der 7. Februar, 13 Uhr, ab in den Wald und ihr seht, der Bauerhaus leuchtet. Jawohl, eine neue Anschaffung. Ja, diese Jacke ist heute mit der Post gekommen. Gerade richtig. Ja, wir durchforsten, das heisst, wir nehmen da Kleines raus, zum Teil lassen wir es liegen, umhauen und liegen lassen. Da einen Weg haben wir da leicht rausgeschnitten, um da raufzufahren. Ach, da rückwärts raus, muss ich. Na, rückwärts raus, muss ich. Weil oben sind noch zwei, drei Fichter, die grösser sind, die wir rausziehen mit der Seilwind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020